So, es geht wieder los. Der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht ist wieder am Start. Heute widmen wir uns mal einem etwas ungewöhnlicheren Thema, denn wir gucken mal, was guter Schlaf mit uns macht. Ich habe Schlafcoachin Isabel Prophet mit am Start und Isabel ist auch Autorin, freie Journalistin und hat sich zur Schlafcoachin ausbilden lassen. Warum, wieso, weshalb und warum Schlaf für unsere Kreativität und für unseren Erfolg im Business und damit auch im Content-Marketing so wichtig ist. Darüber spreche ich heute mit Isabel. Also mal ein bisschen ungewöhnlichere Folge. Auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen im Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Das ist der Marketing-Schreib- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und wahnsinnig klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiter hilft. Isabel, ich freue mich, dass du wieder im Erfolgreich-Schreiben-Podcast, beziehungsweise, es heißt ja gar nicht mehr Erfolgreich-Schreiben-Podcast, Guck mal, Gewohnheit, im Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht, dass du wieder bei mir dabei bist, diesmal aber eben in deiner Funktion als Schlafcoachin. Und das fand ich ja so super interessant. Ich habe nämlich gelesen von dir, dass du selbst Schlafprobleme hattest und so darauf gekommen bist. Am besten erzählst du das einfach mal selber, weil ich kann es nur so brustdrückhaft wiedergeben. Wie bist du darauf gekommen, Schlafcoachin zu werden? Deine eigene Geschichte, erzähl mal bitte. Meine eigene Geschichte ist ganz, ganz klassisch für so einen Middle-Age-Berufswechsel. Ich hatte eine Schlafstörung und ich hatte die im Grunde immer, also seit früher Teenager-Zeit, möglicherweise auch schon als Kind und habe das vor ein paar Jahren in den Griff bekommen. Können wir auch später noch darüber sprechen. Und bei den primären Schlafstörungen, das heißt die, die nur sie selbst sind und nicht mit etwas anderem zu tun haben, hat das viel mit Lernprozessen zu tun. Und das ist ganz doof, weil die sind sehr hartnäckig. Aber es ist auch wiederum gut, weil man kann was machen. Und vor ein paar Jahren bin ich das angegangen und habe meinen Mechanismus gefunden. Nicht das große Geheimnis, das gibt es nicht, aber meinen Mechanismus. Und im vergangenen Jahr habe ich fast ein bisschen zum Spaß eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, die ja so viele machen. Und das war mehr so im Sinne von, lernst mal was Neues. Und dann hat mir das so viel Freude gemacht, auch die Arbeit. Ich hatte vorher schon mit Schreibmentoring angefangen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und dann gedacht, hey, mach doch die Schlafcoach-Qualifikation mit dazu. Hab das parallel gemacht und arbeite jetzt da. Und nicht mehr primär als Autorin, sondern mehr auch konkreter mit Menschen. Also nur weg von diesem etwas über Menschen und über zwischenmenschliche Prozesse machen hin zu, wir zwei reden jetzt über deinen einen Prozess und gehen da ganz aktiv ran. Ah, krass. Also so erstmal super, super spannend. Ich mache mir hier zwischendurch Notizen nicht, dass man sich fragt, wenn ich irgendwie immer weggucke oder so runtergucke. Im Podcast sieht man das natürlich nicht. Kleiner Hinweis, es wird das Ganze demnächst als YouTube-Kanal geben und dann kann man mich und Isabel auch sehen beim Quatschen. Genau, hallo Internet. Ja, genau. Hallo Internet. Also kommt später irgendwann, beziehungsweise auf YouTube, wenn du das später guckst, dann kannst du uns natürlich schon sehen. So, also ich muss da mal reinspringen. Das Erste, was ich aufgeschnappt habe und mir hier gleich aufgeschrieben habe, ist das Stichwort Lernprozesse. Lernprozesse beim Schlafen. Hä? Kann man nicht einfach so schlafen? Was ist da los? Warum sind das Lernprozesse? Also ich glaube, bei Lernprozesse denken viele Menschen an Karteikarten oder an Texte, wo man sich Sachen markiert. Das ist es nicht, sondern es geht um die eigentlichen Verhaltenslernprozesse. Das heißt, in Bezug auf Schlafen könnte man sagen, ich schlafe immer schlecht, bevor ich in Urlaub fliege. Jetzt fliege ich wieder in Urlaub und schlafe wieder schlecht, denn ich schlafe ja immer schlecht. Der Zusammenhang ist gelernt. Und durch diesen Lernprozess kann das Problem ausgelöst werden. Oder ausgelöst ist der falsche Begriff, aber die Situation, die einzelne Situation kann dadurch ausgelöst werden. Und das ist ein gelerntes Verhalten. Das ist das eine. Wenn das jetzt immer nur passiert, wenn ich in Urlaub fliege. Mir passiert das bis heute, wenn ich in Urlaub fliege. Und das ist okay. Das macht nichts, weil es ist nur der eine Tag. Das ist ein Urlaub. Jetzt haben wir aber vielleicht Montage. Die Nacht zu Montag, in der wirklich viele Menschen schlecht schlafen. Ganz normales Vorgehen eigentlich. Sonntags soll man ja ausschlafen. Die Leute schlafen sonntags aus. Biologie, Biologie, Biologie. Von morgens um neun bis abends um 23 Uhr. Die Menschen wollen wieder ins Bett. Sie sind noch nicht müde. So ist Faktor eins. Faktor zwei. Oh, die Woche liegt vor mir. Ich muss ganz viel schaffen. Ich muss morgen fit sein. Ich muss unbedingt schlafen. Performance Anxiety. Ganz normal. Beides in Kombination ist schon doof, weil es hält wach. Das ist der eine Montag. Dann kommt der nächste Montag. Dann ist es wieder so. Dann kommt der nächste Montag. Dann ist es wieder so. Dann kommt der nächste Montag. Und irgendwann habe ich gelernt, ich kann in der Nacht zum Montag nicht schlafen. Gelernter Prozess. Gelerntes Verhalten. Und es ist jedes Mal furchtbar. Negative Wahrnehmung. Also eine Bewertung, die dazu führt, dass ich einen weiteren Druck aufbaue. Zurück zu Punkt eins. Ich kann nicht schlafen. Und das ist ein gelerntes Verhalten. Und das hast du montags. Dann hast du es irgendwann vielleicht aber auch dienstags. Und auch wenn es sowas gibt wie Erholungsnächte. Ein Glück. Primäre Schlafstörungen sind nicht so durchgängig, wie sie sich anfühlen. Aber es führt erstmal dazu, dass ich anfange, mich selbst als jemand wahrzunehmen, der nicht gut schläft. Und das hat auch bessere Phasen. Es hat dann aber auch wieder schlechte Phasen, die sich sehr, sehr schnell selbst verstärken. Durch das gelernte Verhalten. Eine schlechte Phase beginnt. Ich weiß, jetzt wird es furchtbar. Und das ist nicht mangelnde Selbstkontrolle, sondern das ist ganz normal. So wie das sprichwörtliche Kind, das lernt nicht auf die heiße Herdplatte zu fassen, lernt der Erwachsene. Ich muss Angst vor der Nacht zum Montag haben oder ich muss Angst vor der Nacht vor meiner Präsentation haben oder ich muss Angst vor der Nacht vor meiner Reise haben. Das ist normal. Es ist gut, dass der Mensch so funktioniert. Sonst würden wir nichts lernen. Es ist aber blöd, wenn es zu einer Schlafstörung führt. Naja, klar. Jetzt schließt sich auch der Kreis, warum wir ausgerechnet im Content-Marketing-Podcast über das Schlafen sprechen. Denn genau das ist es ja. Also wir haben ja sehr viele Ängste vor Marketing oder so machen uns ja sehr viele Gedanken auch, warum was nicht funktioniert und, und, und. Und genau das ist der Grund. Denn, ich sage mal, je weniger oder je schlechter man schläft, das wissen wir ja alle, umso schlechter performen wir, umso schlechter ist die Laune und, und, und. Das hängt ja irgendwie alles zusammen. Und da wir das wissen, das ist ja das, was du gerade sagst, darum kriegen wir natürlich auch Angst davor. Das ist ganz krass. Also ich habe mir hier zwei Stichworte aufgeschrieben. Einmal, der Zusammenhang ist gelernt. Das finde ich ganz spannend. Und dann habe ich mir Performance Insiety aufgeschrieben. Klar, also so, dass wir Angst haben, nicht richtig performen zu können. Lass uns mal in den gelernten Zusammenhang gehen. Also der gelernte Zusammenhang zum Beispiel von Sonntag auf Montag. So, jetzt geht es wieder los. Wie kann ich das denn ändern? Also so dieser Unlearning-Prozess. Oder ist es gar kein Unlearning-Prozess, sondern neues Learning sozusagen? Erzähl mal, wie man da rangehen kann. Das ist ganz interessant, weil wir ja eigentlich, wenn wir etwas behandeln, was auch immer es ist, davon ausgehen, dass wir die Sache direkt angehen. Und das ist hierbei gar nicht so eine gute Idee. Sondern was man im Coaching jetzt machen würde, ist, man macht die Person erstmal müde. Das heißt zwei Dinge, sonntags früher raus und sonntags später ins Bett. Beides. Die Person wird müde. Diese Müdigkeit kann dabei helfen, dass das Bett nicht mehr als Ort zum Wachliegen, Grübeln und irgendwann anfangen, wahnsinnig wütend zu werden, erlebt wird. Sondern das Bett ist der Ort, wo man erst hingeht, wenn man richtig fucking müde ist. Das ist der erste Ansatzpunkt, der unglaublich wichtig ist. Und wenn man erstmal nur das macht, kann es für viele Menschen schon bedeuten, dass es damit okay ist. Und ja, sonntags soll man immer ausschlafen, wenn man diese Grundannahme einfach mal rausnimmt und sagt, ja, ist mir egal, ich schlafe samstags aus, weil ich muss montags auch früh raus. Sozialer Jetlag, Social Jetlag, ganz normal. Ich mache das jetzt nicht. Ich kümmere mich um meinen Montag, indem ich sonntagfrüh aufstehe und was auch immer, um 8 Uhr 15 Minuten jobben gehe. Bisschen Tageslicht, bisschen Bewegung in die Gänge kommen, raus aus dem Bett sein. Es einfach gemacht haben. Also überleg dir mal alleine, du gehst Sonntag morgens um 8 Uhr bis 8 Uhr 15. Wie auch immer, kurz joggen. Der Rest des Tages ist ein Tag, an dem du joggen warst. Das ist super. Das fühlt sich wirklich gut an. Das hat auch was mit Selbstwirksamkeitserleben zu tun. Ich habe das gemacht. Ich habe mich durch früh aufstehen und bewegen um meinen Schlaf gekümmert. Das ist ein ganz starker Ansatzpunkt. Bei Leuten, die regelmäßig wach liegen, würde man jetzt vielleicht noch sagen, In dem Moment, wo du merkst, ich werde sauer werden, stehst du erst mal auf. Stehst auf, gehst woanders hin. Wenn man mehrere Zimmer hat, geht man in einen anderen Raum, macht was Ruhiges. Wenn man nicht mehrere Zimmer hat, hat man im Idealfall aber einen Ort, an dem man gehen kann. Lass es den Sessel sein. Beides ist okay, aber erst mal weg vom Bett, damit das Bett nicht mehr der Ort ist, an dem man erstens wach liegt und zweitens sauer wird. Das nennt sich Stimuluskontrolle. Also die Verbindung von Bett und Wachsein wird gelöst. Und da gibt es auch andere Ansichten zu. Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie sagt zum Beispiel, bleib liegen, lern dich gut zu fühlen. Ist auch ein Ansatz. Da muss man ja noch mal ein bisschen gucken, ob das für die Person funktioniert. Also die Gugnative-Faltens-Therapie sagt ganz klar, steh auf, geh woanders hin. Also die Akzeptanz- und Commitmenttherapie sagt, bleib liegen, lern dich besser zu fühlen. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Ansatz für die Person nicht. Das ist wie, du hast eine chronische Krankheit und musst erst mal ein, zwei, drei Medikamente ausprobieren, bis du deins hast. Das ist okay. Wenn Liegenbleiben nicht funktioniert, bleib nicht liegen. Ja, also ich mache das zum Beispiel auch so und habe das bisher auch empfohlen, immer mal auszuprobieren. Wenn man nachts wach wird, meistens ist es ja auch, das hat ja auch was mit Biorhythmus zu tun, so zwischen zwei und drei. Oder mit Schlafrhythmus. Ja, genau. Wenn ich dann wach werde und merke, okay, die Gedankenspirale springt an, ich stehe dann auf und mache irgendwas. Genau. Gerade bis ich wieder müde bin und dann gehe ich ins Bett. Also ich mache mir da gar nicht mehr so viel Kopf drum, so nach dem Motto, morgen muss ich aber fit sein und um acht muss ich wieder aufstehen. Sondern es ist einfach so wirklich mittlerweile auch gelernt, kann nicht mehr schlafen, dann stehe ich jetzt auf und mache irgendwas. Ja. Gerade bis ich wieder müde werde. Ich werde wieder müde. Ich weiß auch wann und ja, dann ist der nächste Tag, bin ich dann halt ein bisschen kaputt. Aber es funktioniert. Ja, man muss aber ein bisschen bedenken, es gibt eine Menge Leute, die werden müde, wenn es morgens kalt wird. Und das ist aber leider erst um fünf Uhr, dann werden die müde. Vor sechs Uhr sind die nicht eingeschlafen. Okay, das ist schwierig. Genau, das ist dann, das ist was anderes. Da muss man, also es ist was sehr, sehr Individuelles, über Schlafstörungen zu sprechen, daran zu arbeiten. Und Stichwort Kreativität. Möglicherweise ist dann nachts um zwei ein super Zeitpunkt, um was zu schreiben. Das ist gut. Manchmal ist das etwas, das einem auch gut durch die Nacht bringt. Und wenn man dann vielleicht selbstständig ist und am nächsten Tag nichts mehr machen muss, prima, Arbeit erledigt. Wenn man das jede Nacht macht, sind wir zurück beim Lerneffekt. Dann hat man zwar seine Arbeit geschafft, aber man verfestigt das Schlafproblem, die gelernte Schlafstörung. Gelernte Schlafstörung klingt so furchtbar abwertend, aber wie gesagt, normaler menschlicher Prozess. In dem Sinne auch ein guter Prozess. Weil du hast dir ja selbst erfolgreich eingeredet, dass du nachts um zwei am besten kreativ arbeiten kannst, dann schläfst du halt nicht. Theoretisch okay, da wir aber nun mal in einer Taggesellschaft leben. Schwierig. Da muss man dann auch wieder ein bisschen gucken, dass man das mal kurzfristig helfen, um auch nicht mehr sauer zu werden, um seine Arbeit zu schaffen. Ganz wichtig. Aber dann dreht man sich eben auch wieder zurück. Steht früher auf, geht später ins Bett, meidet schon Verhalten und schaut, dass man auch das Bett wieder und die Nacht zum Schlafen nutzen kann. Ich finde das total spannend. Also was du auch gesagt hast, ein Stichwort, was mir auch so im Kopf geblieben ist, ist, dass man das Problem nicht erst mal direkt angeht, dass man Menschen erst mal müde macht. Das gibt es ja in vielen Ansätzen, auch wenn man zum Beispiel nicht mehr kreativ ist, in der Depressionstherapie gibt es das. Das ist ja in ganz vielen Therapieansätzen der Fall. Magst du da mal was drüber erzählen, was der Hintergrund dessen ist? Mal abgesehen vom einfach stumpfen Müde werden. Gibt es da auch dahinter noch Sachen, die damit zusammenhängen, warum man das macht? Das, was für Menschen in ganz, ganz vielen Problembereichen am besten funktioniert, ist Selbstwirksamkeit, erlebte Selbstwirksamkeit, erlebte Selbstkontrolle. Also ich vermeide immer über psychische Störungen wie Depressionen zu sprechen, weil es passiert ja ganz viel so im Alltag und auch im populären Schreiben. Aber es ist ein spezielles Gebiet und das Therapeutische ist eine spezielle Ausbildung, die drei bis fünf Jahre dauert und was in Bezug auf Depressionen zum Beispiel erforscht wird, gilt gar nicht immer für jemanden, der keine hat, weil das manchmal ganz andere, ganz andere hirnchemische Vorgänge sind. Deshalb würde ich jetzt erstmal bei, ich habe eine gelernte Schlafstörung bleiben und sagen wir bei einem stark reduzierten Wohlbefinden und sicherlich auch in etwas, das man ja heutzutage so als depressive Verstimmung bezeichnen würde. Erster Punkt, Selbstwirksamkeit, Kontrollen, Überzeugung. Ich kann etwas tun. Ich kann meinen Tag gestalten. Auch im Unterschied zu, ich mache einen Mittagsschlaf, was nur dazu führt, dass der Schlafdruck geringer wird. Schlafdruck baut sich über den Körper so auf, das passiert über die Mitochondrien, Energie wird verbraucht, Schlafdruck bleibt in dem Sinne über, ich mache einen Mittagsschlaf und es passiert das. Oder sagen wir, ich bringe meine Kinder ins Bett, es ist 20.30 Uhr, der Schlafdruck ist so hier und ich schlafe ein und es passiert das. Und das wollen wir nicht, denn danach ist man wirklich sehr wach. Klassisches auf der Couch einschlafen vorm Fernseher. Wirklich, absolut schön, ich will den Schlaf, genau. Das heißt, wir haben einerseits so dieses Selbstwirksamkeitsthema und andererseits auch das biochemische Thema, dass wir sagen, die Person ist auf einer körperlichen Ebene so müde, dass auch diese Überzeugung reinkommt, es klappt jetzt. Ich muss mir gar keine Gedanken über den Schlaf machen. Ich bin so müde, ich bin seit 7 Uhr wach, es ist 23 Uhr oder es ist Mitternacht, das passt schon. Übrigens Schlafkontrolle in Form einer Behandlung heißt 5 Stunden schlafen. Okay. Jede Nacht. Okay, also ich schlafe mehr. Weil das nicht ganz hart an den Schlaf gebunden wird, so ein bisschen mit der maximalen Kraft. Und wenn das klappt, fängt man an, langsam vorzuverlegen. Ah, okay. Ist jetzt immer ein bisschen im Einzelfall die Frage, ob man das braucht oder ob man sagt, okay, ich stehe mal ein paar Tage um 6 Uhr auf und schau mal, was es tut. Oder wenn es eine sehr, sehr langjährige, sehr, sehr schwere Schlafstörung ist, die vielleicht nicht nur was mit dem Einschlafen, sondern auch was mit dem Durchschlafen zu tun hat, dann würde man mit 5 Stunden anfangen, was zur Folge hat, kein Auto fahren. Okay. Kein Auto fahren, kein Fahrrad. Also Fahrrad fahren, klar, aber jetzt in eine komplexe, schwierige Verkehrssituation würde man die Person auch nicht lassen, sondern im Coaching ist es zum Beispiel etwas, man macht am Anfang des Coachings ja durchaus auch einen Vertrag. Was tun wir hier, was ist unser Ziel, das steht da mit drin. Du wirst im Rahmen des Vorgehens Auto fahren, weil die Person es nicht kann, weil Schlafmangel ähnliche, vergleichbare Auswirkungen zu Alkoholismus hat, äh, Quatsch, zu jemandem, der alkoholisiert ist, so rum, und das heißt kein Auto fahren. Aber jemandem, der eine Schlafstörung hat, jemand, der eine Schlafstörung hat, drei, vier Stunden geschlafen hat, sollte auch nicht Auto fahren. Ja, das ist ganz spannend, das mal zu erwähnen. Das haben wir ja häufig, weil, ne, so, da müssen wir hier hin, da müssen wir da hin, was soll ich dann machen? Und, ne, so, wir achten da wirklich zu wenig drauf und haben dann so dieses, dieses Thema, ja, das geht jetzt nicht. Und dass wir uns aber zuerst um unser körperliches Wohlbefinden kümmern sollten und dann um alles andere, das ist ja auch sehr verbreitet, ne, bei uns in der Gesellschaft. Und gerade auch, was den Schlaf anbelangt, weil das, ich finde diesen, diesen Ansatz mega spannend, dass Schlaf gelernt ist oder auch unser Schlafrhythmus gelernt ist. Ich glaube, das machen sich die wenigsten klar, oder? Ist das nicht das erste Aha-Erlebnis, was du im Coaching hast? Schon, ja. Ja. Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Also, Schlaf an sich ist ja ein biologischer Vorgang, der auch durch Tageslicht und durch Wärme, Kälte ganz stark gesteuert wird. Aber die Schlafstörung ist etwas, das gelernt sein kann, ja. Wärme, Kälte, also, ja. Ich möchte, wenn ich darf noch einen Satz zum Autofahren sagen, weil die Antwort natürlich erstmal ist, aber das geht nicht. Aber die Kinder müssen ja zur Schule. Und meine Antwort ist, du bist aber nicht fähig, ein Auto zu steuern. Du kannst nicht Autofahren. Es ist, als hättest du, sagen wir, eine Erkrankung mit hohem Fieber. Es ist, als hättest du morgens zwei Kurze getrunken. Da würdest du mit deinen Kindern auch nicht zur Schule fahren. Es ist tatsächlich objektiv nicht möglich, nach einer schlaflosen Nacht, nach mehreren schlaflosen Nächten oder im Rahmen einer Schlafrestriktion Auto zu fahren. Es geht nicht. Und ich glaube, das ist in der Gesellschaft nicht klar genug, dass eine Schlafführung oder auch eine schlechte Nacht schon bedeuten kann, dass man objektiv nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, das kann ich super, super gut nachvollziehen. Das ist wirklich wichtig, dass man da auch mal so den Finger reinlegt. So, jetzt habe ich vergessen, weil ich bin dir so gefolgt, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Doch, ich weiß es nicht. Bei den Lernprozessen, genau. Nee, ich war auch bei kalt-warm. Lernprozesse, aber auch kalt-warm. Ja, kann man viel machen. Ja, was hat Schlafen mit kalt-warm zu tun? Weil ich weiß, okay, also in richtig warmen Räumen kann ich auch nicht schlafen. Ich schlafe gerne in kalten Räumen und dass es ganz muggelig warm unter der Bettdecke ist. Und sobald ein Arm rausguckt, wird es mir zu kalt. Ja. Das weiß ich, das mache ich gerne und deswegen halte ich das natürlich so. Aber was hat das tatsächlich mit gesundem Schlaf zu tun? Wie ist der Zusammenhang? Es gibt ja die sogenannte zirkadiane Rhythmik. Siehst du schon falsch? Die sogenannte zirkadiane Rhythmik. Aha, kenne ich nicht. Erzähl. Das ist der Tagesrhythmus des Körpers. Der Körper merkt, gehen wir zurück in die Zeit, vor Licht, vor Häusern, vor Merino-Wollpullovern und es wird abends dunkel und es wird kalt. Der Körper hat über Millionen, Hunderttausende von und möglicherweise Millionen von Jahren gelernt, Zeit zum Schlafen, Zeit zur Ruhe zu kommen, Zeit Energie zu sparen und merkt, aha, jetzt ist Zeit. Das heißt, die Temperatur wirkt sich auf dieses Tageszeiterleben des Körpers aus. Der Körper denkt sich ja nicht, 22.47 Uhr Zeit müde zu werden, so funktioniert das ja nicht, sondern der Körper merkt, aha, eben war es warm, jetzt wird es kalt. Und das kann man benutzen, um einzuschlafen. Zum Beispiel, indem man den Abend mit warmen Socken verbringt, nachts unbedingt ausziehen, großes Fußpilzrisiko. Aber zum Beispiel, indem man vor dem ins Bett gehen nochmal warm duscht oder wenn eine Einschlafstörung vorliegt oder Schwierigkeiten, gerne auch ein bisschen heiß. Muss auch übrigens gar nicht mit Seife sein, wenn man einfach nur so random abends duscht, ist das ja erstmal kein Reinigungsvorgang oder ein leichter. Da muss man die Haut nicht immer mit Seife belassen, sondern mach es dir mal kurz warm unter der Dusche, trockne dich ab, geh ins Bett, Fenster auf, genau wie du sagst, dick einpacken, bloß nichts rausgucken lassen, richtig bequem machen. Das kann dem Körper signalisieren, aha, Schlafenszeit, was passiert? Körper produziert Melatonin, Melatonin, der Taktgeber, sagt, so, jetzt ist hier Schlafenszeit. Das kann auch sehr viel bringen, wird aber alleine wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wenn ich bis 10 geschlafen habe und ich möchte jetzt um 10 wieder schlafen, weil ich morgen um 6 raus muss, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sondern eher dann sagen, okay, ich muss um 6 raus, ich will ganz sicher einschlafen, nicht wach liegen. Ich habe eine Schlafstörung, ich weiß, es gibt ein Problem. Ich habe lange geschlafen, wollte ich nicht, ist aber passiert. Ich gehe mal um Mitternacht ins Bett, dusche vorher heiß, mache das Fenster auf, packe mich warm ein. Dann sind die Chancen schon ganz gut, dass das auch klappt, weil man allein schon so müde ist, dass man vielleicht nicht mehr grübelt. Oder wenn doch, da kommt dann wieder das Thema Fenster auf ins Spiel. Einfach mal auf die Straßengeräusche hören oder die Leute, die das jetzt im Sommer hören, auf die Vögel. Und das nicht mehr so als Gegner annehmen, sondern nur als Teil der eigenen Umwelt. Auch das kann vom Grübeln abhalten, also die Einstellungsänderung, die Bewertung von Störfaktoren. Wenn ich etwas nicht mehr als Störfaktor bewerte, ist es keiner mehr. Ja, und also ich muss da ein bisschen grinsen, denn früher, wenn mein Mann geschnarcht hat, war ich immer total genervt. Und irgendwann, ich weiß nicht, warum sich der Schalter umgelegt hat, habe ich einfach gesagt, so ja, der schnarcht halt. Also es muss mich ja nicht stören. Und das ist wirklich, der kann so laut schnarchen, das stört mich überhaupt nicht mehr seitdem. Das ist total, also ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten mehr mit und bin manchmal auch erstaunt. Und ich habe jetzt, und das ist mir witzigerweise gerade jetzt erst vor ein, zwei Tagen aufgefallen, weil er hat geschlafen, ich bin wach geworden und ich dachte so, oh nee, ich habe keine Lust aufzustehen. Ich höre jetzt einfach ein Hörbuch. Und ich hatte keine Kopfhörer und habe dann das Hörbuch angemacht und konnte aber das Hörbuch nicht verstehen, weil er so laut geschnarcht hat. Ich wollte es aber nicht viel lauter machen. Und da ist mir aufgefallen, ach krass, aber wenn ich einschlafe oder so, stört mich das überhaupt nicht mehr. Das ist auch so ein Punkt. Aber ich glaube, das muss man sich auch ein Stück erarbeiten. Ja, aber da kommen wir zu zwei Dingen. Erstens, Gewertungen, wo wir eben schon waren, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, ist nämlich auch für die Arbeit am nächsten Tag ganz wichtig. Zweitens, Partnerschaft. Wenn jemand in einer Partnerschaft ist, mit dieser Person auch zusammenlebt, dann ist die eigene Schlafstörung auch ein Partnerschaftsthema. Und das sollte man nicht übersehen. Also wie sehr hält es wach, wenn man da liegt und Angst hat, den Partner zu stören? Im Unterschied zu, wir reden vielleicht mal mit beiden oder in dem Fall zu dritt, Betroffener, Partner, Coach und schauen, wie kann der Partner den Betroffenen unterstützen? Allein schon durch die Tatsache von, ich bin für dich da, es ist okay. Es ist okay, wenn du mich wächst, ich schlafe wieder ein, ich bin für dich da. Und das ist eigentlich ein Familienproblem, die Schlafstörung, die auch gemeinsam mit angegangen werden kann. Und wenn eine Person sich das Handgelenk bricht, würde man die ja auch nicht alleine lassen mit, kriegst die Dose nicht auf, dann hättest du ja das Handgelenk nicht brechen dürfen. Du kannst nicht schlafen, ja, du solltest einfach mal schlafen. Also wie oft sagen wir zu den Leuten, sie sollen bitte mehr schlafen. Schlafstörung ist eine anerkannte Krankheit. Das ist nicht neu. Das ist seit langer Zeit eine anerkannte Krankheit. Ach, okay, das wusste ich auch nicht. Wo ist der Unterschied zwischen der Schlafstörung und dem gebrochenen Handgelenk? Auf Partnerschaftsebene. Ja, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst und dieses, ja, dass man Angst hat, seinen Partner, seine Partnerin zu wecken, wenn man zum Beispiel aufsteht oder sonst irgendwas. Ich habe das auch. Also ich hätte mir, na, ich hatte keine, doch, ich hatte Angst, ihn zu wecken. Deswegen wollte ich es nicht lauter machen. Aber ich war zu faul, meine Kopfhörer zu holen. Der klassische Konflikt. Aber ich habe dann meine Kopfhörer geholt und dann ging es. Ja, ja. Krass. Ja, aber das kann auch heißen, dass man dann vielleicht mal temporär in unterschiedlichen Räumen schläft. Dass, wenn man Kinder hat, die nachts was brauchen, die Person rübergeht, die wieder einschlafen kann und nicht die Person geweckt wird, die nicht wieder einschlafen kann, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Das ist, als würde man sagen, ich möchte jetzt die Dose öffnen, mach du es bitte. Und die Person steht da und denkt sich so, so, warum muss ich die fucking Dose öffnen? Warum machst du die Dose nicht auf? Warum soll ich mich um die Kinder kümmern, wenn ich nachts nicht mehr einschlafen kann? Warum gehst du nicht? Du bist 15 Minuten wach. Ja, 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 stimmt. Darüber macht man gar keine Gedanken so. Das sind auch so gelernte Muster irgendwie. Total. Ja, klar. Und dann die Bewertung ist, wenn wir auf den nächsten Tag schauen, ein ganz wichtiger Faktor. Weil ich kann am nächsten Tag übernächtigt, total fertig aufstehen mit der Bewertung, ich habe schlecht geschlafen, das wird nichts. Ich werde nicht kreativ arbeiten können. Ich werde nicht schaffen, was ich geschafft habe. Ich werde mich in irgendeiner Weise blamieren. Also Stichwort Performance Anxiety kommt ja unter anderem aus der Sportwissenschaft und aus der Theaterwissenschaft oder auch aus der Performance. Performance Anxiety, haha. Ja. Und eine Psychophysiologin hat das sehr schön ausgedrückt. Die hat nämlich gesagt, die Leute haben Angst, dass sie dann auf der Bühne stehen und sich nicht kontrollieren können. Ja, ja, okay. Verstehe ich. Das finde ich, steckt sehr viel drin. Und das ist aber trotzdem eine Bewertung dessen, was mir passiert ist, die schlaflose Nacht, hinzu, was passieren wird, aber nicht passiert ist und auch nicht passieren muss. Also was kann man mit einem Tag machen, nachdem man schlecht geschlafen hat? Wenn man selbstständig ist, könnte man ein paar, man könnte aufräumen, man könnte ein paar Tätigkeiten machen, wo man nicht viel falsch machen kann. Zum Beispiel Buchhaltung für sehr viele Selbstständige, ist das nicht fair. Da kann man nicht viel falsch machen. Weil, komm, eine Rechnung zu verbuchen und die richtige Zahl rein zu kopieren, schaffst du ja wohl. Ja, geht so. Sagen wir die Aufgaben, die sehr leicht fallen. Du musst ja nicht die komplexen Auslandsdinge machen, sondern erstmal verbuchst du ein paar Rechnungen, musst du sowieso irgendwann machen, ist gemacht so. Dann räumst du noch deinen Schreibtisch auf, sortierst ein paar Sachen, schmeißt ein bisschen was weg, es ist 11 Uhr, du gibst auf. So. Okay, du hast nicht das geschafft, was du schaffen wolltest oder hättest schaffen müssen, aber du bist ja auch krank. Du hast an diesem Tag die Auswirkungen deiner Krankheit. Und das ist okay. Morgen hast du sie vielleicht nicht mehr, weil Erholungsnächte, der Körper holt sich bei einer primären Schlafstörung das, was er braucht, alle drei Nächte im Schnitt. Okay, aber ich finde ganz interessant, was du sagst, weil ich dachte nämlich, das Erste, als du gesagt hast, wenn du selbstständig bist, dann machst du halt was anderes. Wo ich dann, dann dachte ich sofort, nee, nee, Moment, aber wenn ich den und den und den und den Termin habe, aber wo du, der nächste Punkt war ja, du bist krank. Du hast die Auswirkungen deiner Krankheit. Weißt du, wenn wir Magen-Darm haben oder sonst irgendwas, dann sagen wir ja auch ab und verschieben. Und bei einer Schlafstörung habe ich gar nicht im Kopf so oder habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich das ja auch verschieben, dass ich dann den Termin verschieben kann. Ja, na klar. Ach, krass. Du hast das ja nicht verschuldet. Du bist ja krank. Ja, ja. Genau, das ist das eine. Aber das andere ist, du hast jetzt gerade Termine angesprochen. Also ich weiß nicht, in welchem Zustand du schon so deine Termine gemacht hast. Aber ich habe auch schon mal mit null Minuten Schlaf bei krassen Frosttemperaturen eine Stunde mit der Bahn entfernt, dann ein vierstündiges Seminar gegeben. Die Leute waren sehr glücklich und dann bin ich wieder zurückgefahren und habe abends erst geschlafen. Der Körper ist absolut in der Lage, mit Schlafproblemen umzugehen. Sonst hätten die Menschen ja nicht überlebt, wenn die irgendwie gejagt wurden oder in einer, sagen wir, allgemein schwierigen Steinzeitsituation waren. Und die wären dann gestorben, wenn sie länger anhält als zwölf Stunden, wären wir alle nicht so weit gekommen. Also Körper schüttet Stresshormone aus. Stresshormone sind ja total verteufelt, sind aber unsere allerbesten Freunde, denn Stresshormone haben die Funktion, uns leistungsfähig zu machen. Stresshormone sind super. Stresshormone sind unsere allerwichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Alltag. Wir müssen denen nur auch mal eine Pause geben. Aber eigentlich sind die großartig. Selbst die Stresshormone, die uns abends wach halten, tun ja nichts anderes, als uns vor einer Bedrohung zu schützen. Also bitte, Stresshormone sind die allerbesten. Ja, das stimmt. Meine Stiefmutter kommt aus Großbritannien und die sagt immer, Adrenaline will help. Genau das passiert. Das ist immer für mich der beste Spruch, wenn ich aufgeregt bin, so vor etwas, wenn ich Schiss habe vor bestimmten Sachen. Dann sagt sie immer, Adrenaline will help. Und dann denke ich immer so, ja, ja, genau. Und dann geht's. Also es ist ein sehr, sehr guter Spruch. Genau. Du wirst den Termin schaffen, du wirst die Präsentation schaffen, du wirst deinen Talk schaffen. Es ist, also geistige Dinge wirst du hinkriegen. Wie gesagt, Autofahren, don't do it. Fahrradfahren, überleg dir, ob deine Strecke das hergibt mit einer großen Tendenz zu nein. Präsentationen, Sachen erklären, Leute überzeugen, Begeisterung erzeugen. Nichts spricht dagegen. Ja, ja, also wenn man es nicht übertreibt. Also du machst das ja auch dann nicht zehn Tage hintereinander, aber so ein oder andere Mal hältst du es durch. Und wenn man natürlich auch zehn Tage am Stück aktiv sein kann und diese Erholungsnächte, dann sagen wir, du schläfst regulär so drei Stunden und die Erholungsnacht bringt dir fünf. Dann geht es dir nach zehn Tagen auch sehr schlecht. Aber das ist ganz ehrlich, dann ist Tag sechs der für die Krankschreibung. Weil, also es wird, solange man Schlafstörungen so als Versagen ansieht, ich habe es nicht hingekriegt, quält man sich da so weiter durch. Die Situation verschärft sich, der Lerneffekt wird sehr, sehr hart in diesem Moment. Es wird dann auch wieder besser, weil es bleibt nicht so. Aber zehn Tage mit krass wenig Schlaf, das ist auch kein Fall mehr fürs Coaching. Da kann ich auch nur noch sagen, geh bitte zum Arzt, lass dich bitte umgehen, krankschreiben. Lass es drei Tage sein, dass wir einmal auch über den Tag des Alltags erleben, auch die Tagesgestaltung, daran gehen können, dass du zur Ruhe kommst. Weil abends zur Ruhe kommen bringt schlafgestörten Menschen gar nichts. Es muss tagsüber passieren. Wenn dafür tagsüber keine Zeit ist, die Schlafstörung aber extrem wird. Zehn Tage schlechter Schlaf ist eine körperliche Bedrohung, weil die Unfallwahrscheinlichkeit wahnsinnig groß wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich selbst und anderen zu schaden, ist groß. Stresshormone dauerhaft aktiv, dieser Immunsystem-Boost ist nicht mehr da, sondern das Immunsystem, ich bin kaputt, ich bin ein kaputtes Immunsystem. Ne, also Stresshormone sind gut fürs Immunsystem, machen es aber auf Dauer leider kaputt. Und das wollen wir alles nicht. Und deshalb, Arzt, das ist ein Fall für die Schulmedizin. Und wenn es erstmal nur so ist, dass die Person krankgeschrieben wird und man einmal auch körperliche Ursachen ausschließt, zum Beispiel Entzündungsprozesse, es ist kein Versagen, sondern da passiert etwas, das in irgendeiner Weise behandelt werden muss. Ich finde das ganz interessant, also dass dieser Fokus auch auf dem Versagen liegt. Also dass viele glauben, wenn sie nicht schlafen können, dass sie versagt haben. Das ist zum Beispiel was, was mir komplett, also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass Schlafstörungen mit Versagensängsten zusammenhängen könnten. Warum ist das so? Oder mit Versagen, also nicht mit Versagensängsten, also das war blöd, die Frage war, weil ich mich gestellt habe. Ja, ich würde es gerne nochmal klar machen. Also ich meine, dass man, wenn man Versagensängste hat, schlecht schläft, das weiß ich. Aber warum man glaubt, dass man versagt, wenn man eine Schlafstörung hat, das war die Frage. So habe ich das gemeint. Erstens Sozialisation. Manche Menschen haben gelernt, schon als Kinder, als Jugendliche, wenn sie wütend werden, wenn sie traurig werden, wenn sie jemanden anschreien, wenn sie Angst haben vor einer Prüfung, dann ist das ihr Fehler. Das heißt, jede Art von psychisch-emotionaler Regung ist ein persönlicher Fehler. Das ist der Aspekt der Sozialisation. Also was lehrt uns im Aufwachsen, unsere Umgebung, unsere Umwelt, auch über uns selbst. Art verwandt ist der sogenannte fundamentale Attributionsfehler. Menschen neigen dazu, ja, du kennst das, ich erkläre es trotzdem einmal kurz. Ja, bitte. Menschen neigen dazu, wenn eine Person etwas tut, Persönlichkeitseigenschaften verantwortlich zu machen. Und natürlich spielen die eine Rolle, selbstverständlich. Aber den oftmals größeren Einfluss hat die Situation. Das heißt, das, was gerade passiert, und das beeinflusst sich auch gegenseitig. Das heißt, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist eine Interaktion. Und das tun wir aber alle. Und das liegt einfach daran, dass Menschen so wenig Wissen über andere haben. Das heißt, ich kann gerade nicht beurteilen, was bei dir los ist. Ich weiß nicht, wie dein Morgen war. Ich weiß nicht, wie deine Wochen gerade sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe begrenzte Informationen über deine Persönlichkeit. Mir fehlen die Informationen, um, wenn du jetzt gleich, wenn es gleich bei dir an der Tür klingelt, der Paketbote kommt, schmeißt dein Paket runter und das Erste, was du tust, ist, ihn anzuschreien. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich denke aber, was ist die für ein furchtbarer Mensch? Kontrast, ich bin deine Mitbewohnerin, wir wohnen zusammen, ich weiß alles über die vergangenen Wochen, ich weiß alles über den Tag, ich weiß alles über die Nacht, du hast es mir erzählt. Der Paketbote kommt, schmeißt das Paket runter, du schreist ihn an, die Tür geht wieder zu, ich stehe hinter dir und nehme dich in den Arm, weil ich weiß, was da los ist. Und ich weiß, dass du dieser Mensch nicht bist. Und diese Grunderkenntnis, ich weiß, dass du dieser Mensch nicht bist, kann dazu führen, wenn die fehlt, dass wir Dinge auf eine Person beziehen, statt auf die Umwelt, so. Das ist jetzt bezogen auf andere. Bezogen auf sich selbst hat man natürlich mehr Informationen, kommt aber wiederum zum Tragen, dass man diese Erwartungen auch hat, also Stichwort Sozialisation, was ich eben erklärt habe, und diese anderen Faktoren vielleicht anfängt auszublenden oder sie abwertet. Ich sollte doch in der Lage sein, vor meiner Flugreise mal eine Nacht zu schlafen, ich weiß doch, dass ich mich morgen darum kümmern muss, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. So, warum kann ich das denn nicht? Ich muss das doch können, ich bin doch 37 Jahre alt, wieso klappt das nicht? Ich habe versagt. Ist nicht bei jedem so, aber ist ein Mechanismus, der zum Tragen kommen kann und der dann natürlich geeignet ist, das Problem zu verschärfen. Ja, okay, verstehe ich. Und vor allen Dingen ist es ja auch der Mechanismus, das sollte ich doch können, ich habe versagt. Das Ich habe versagt kommt ja in der Regel in den Gedanken gar nicht. Sag mal, was ist denn da los, wieso geht denn das jetzt nicht, was machst du denn da gerade? Also, und wir gehen ja in diese Spirale dann auch immer mehr rein. Entweder in diese Spirale, in der wir uns selber beschimpfen, in Anführungszeichen, in der wir uns selbst klein machen, oder in diese Spirale, oh nein, ich muss morgen fit sein und was passiert denn da gerade? Oder in diese Sorgenspirale oder beides zusammen, das ist dann ja der perfekte Sturm, oder? Ja, genau, ganz genau, ja. Und das ist dann eben auch das, wo man sagt, wir gehen erst mal gar nicht an das Kernproblem ran, wir machen den Menschen erst mal müde. Und dann schauen wir mal, was passiert. Naja, klar, klar, weil das ist auch, das Kernproblem ist ja so vielschichtig wie die Menschen, also die zu dir kommen, oder? Oder gibt es so die typischen Kernprobleme? Ich glaube nicht, oder? Ein paar schon, also Rollenerwartungen, Rollenerwartungen gerade, wenn sie irgendwie in so einer Dissonanz damit stehen, wie die Person eigentlich selber sein möchte oder selber ist oder auch das Gefühl hat, ich erfülle meine Rollenerwartungen nicht oder nur die Angst hat, das nicht zu tun. Also Rollenerwartungen sind ein Faktor. Erholung. Das tun mir dann immer so leid, aber Erholung ist leider mit einer der krassesten Fehler, die man beim Schlaf machen kann. Ja. Also erstens sowieso, nach 15 Uhr sollte sich niemand mehr erholen. Ähm, auch nicht die geschlafgesunden, ähm, weil es keinen Grund gibt. Magst du einmal kurz erklären, was du damit meinst, ne? Also so, ich kann es dir ungefähr vorstellen, aber ich habe auch schon so, hä, was meinst du denn jetzt mit Erholung? Magst du es einmal mehr ausführen? Ausschlafen. Mhm. Geringe körperliche Aktivität. Am liebsten gar nicht rausgehen. Sowieso erst mal Tag auf dem Sofa verbringen. Ähm. Abends schon mal ein bisschen dösen, vielleicht schon mal vom Fernseher ausschlafen. Also zu viel Erholung. Genau. Ah, okay. Ähm. Nachmittagsschläfchen sind in der Regel keine gute Idee. Natürlich mit der Ausnahme sagen wir, ich habe zwei Kinder, ich weiß, ich muss ab 15.30 Uhr Dinge noch schaffen, ich habe zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr Zeit für 20 Minuten Schlaf. Do it. Bevor du verrückt wirst, do it. Aber, ähm, grundsätzlich dient es jemandem mit einer Schlafstörung mehr, das zu lassen. Es ist sehr, sehr situativ, sehr, sehr auf den Einzelfall bezogen. Und dann hilft es, rauszugehen, sich zu bewegen. Also, was ich vorhin erwähnt habe mit den 15 Minuten Laufen gehen, das war ja nicht irgendwie aus Versehen gesagt, sondern, wenn ich mich nicht fit fühle, aber ich bin grundsätzlich körperlich gesund, ist es keine schlechte Idee, mal 15 Minuten an die Luft zu gehen, ans Tageslicht, sich ein bisschen anzuschränken. Und das kann der langsamste Lauf aller Zeiten sein und dann fliegen noch die ganzen Schmetterlinge an dir vorbei. Das ist okay. Es geht nicht darum, dass du irgendwas gewinnst oder für den nächsten Stadtlauf trainierst, das tust du ja gerade gar nicht. Sondern, du hast eine gewisse Aktivität und arbeitest damit an deiner Schlafstörung. Oder wenn es noch keine Schlafstörung ist, du arbeitest daran, besser zu schlafen, schneller einzuschlafen. Dafür dient diese Bewegung. Das ist in dem Sinne gar kein Sport um der Leistung willen, sondern es ist eine reine Bewegung für die Gesundheit. Im Unterschied zu, es ist 16 Uhr, ich bin selbstständig, ich arbeite zu Hause, ich habe meinen Tag geschafft oder es ist 18 Uhr. Und dann nickst du nochmal für 15 Minuten ein, wachst total erfrischt auf und denkst dir, hey, das hat jetzt total viel gebracht, diese 15 Minuten Schlaf. Hey, super. Das Adenosin in deinem Körper ist abgebaut zu einem großen Teil. Das Adenosin macht dich aber müde und es sollte dich eigentlich in vier Stunden wieder müde machen. Das kann es nicht, denn es ist nicht mehr da. Ja, ja, ja. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Erholung ist ein großer Faktor. Da muss man so ein bisschen schauen, dass die Leute ein Gefühl dafür kriegen, welche Art von Schonung für sie gut ist. Ein Spaziergang an der foschenden Luft ist Schonung. Ein kleiner Lauf von 15 Minuten ist Schonung. Mit einem Buch auf dem Sofa liegen ist auch Schonung. Dabei zuzulassen, dass man total schläfrig wird, ist nicht so eine gute Idee. Ist auch Schonung, ist aber nicht so eine gute Idee, weil Schläfrigkeit geht ganz, ganz schnell in Schlafstadium 1 über Schlafstadium 1. Wir sind grundsätzlich ansprechbar, wir bekommen Dinge mit. Und manche Menschen wissen in Schlafstadium 1 nicht, dass sie schlafen. Die weckst du und sie denken, die waren noch wach. Gehirnwellen sagen, nein, die Person hat geschlafen. Körper arbeitet. Ja. Das heißt, dieses Weckdösen gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Im Zweifel heißt das, vielleicht noch mal kurz das Fenster auf, vielleicht noch mal 5 Minuten ums Haus, was auch immer. Noch mal zum Briefkasten gehen, aufrecht hinsetzen. Ansonsten ganz klassisch eine Schlafhygiene. Ich glaube aber, das weiß inzwischen auch jeder. Deshalb, ich gebe das immer so einmal mit raus, dass man dann auch darüber sprechen kann, wenn die Person sagt, okay, ich muss aber abends um 21.30 Uhr noch ein Videocall mit meiner Tante in Peru machen, die ich dann sagen muss, ja, kannst du aber nicht. Aber grundsätzlich ist Schlafhygiene, Bildschirme, Schlafumgebung eigentlich kein Problem mehr. Mit einer Ausnahme des Schlafzimmers. Bei einer schlafgestörten Person hat das Schlafzimmer nur eine einzige Funktion, das ist der Ort des Schlafes. Das heißt, man räumt dann vielleicht mal die Bücher weg. Man räumt vielleicht sowieso mal alles auf, dass das Schlafzimmer auch der Ort ist, wo man keine Aufgaben sieht, wo nicht noch der Wäschekopf steht, sondern, ey, der steht dann halt im Badezimmer, ist auch gut. Ja. Ansonsten ist Schlafhygiene eigentlich kein Thema, sondern es ist eher so, dass die Leute sagen, so, ja, ich habe das Internet auch gelesen. Ich denke mir so, sehr gut, das ist Vorarbeit, hervorragend. Schlafhygiene eigentlich durch, das wissen die Menschen. Ja, ja, ja. Ja, ja, also so, ich kann das auch alles sehr gut nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel eine begeisterte Mittagsschläferin, aber eben auch nicht immer. Ja, so, und ich weiß halt auch genau, bis wann ich noch einen Mittagsschlaf machen kann und ich weiß, ab wann ich mir den klemm, weil ich weiß dann auch, sonst kann ich abends nicht schlafen. Da habe ich keinen Bock drauf und dann bin ich lieber müde. Ich bin ja auch eine große Verfechterin von, beobachte dich doch bitte einmal ganz genau selbst. Wann arbeitest du am besten? Wann schläfst du am besten? So, schreib dir das alles mal auf, damit du auch nach deinem Rhythmus leben kannst. Da bin ich ja eine große Verfechterin von. Aber den muss man, glaube ich, man muss, glaube ich, auch erstmal, also in der Schlafstörung nützt es, glaube ich, wenig, weil ich glaube, man braucht erstmal auch einen Rhythmus, der funktioniert, einen sauberen Rhythmus und den haben Schlafgestörte ja auch gar nicht. Ja, Sicherheit. Erstmal brauchst du Sicherheit von, ich habe Werkzeuge, Stichwort Schlafregistriktion, Stichwort, wie gehe ich mit Erholung um und so weiter und so weiter, mit denen kann ich einschlafen. Das ist das eine. Das andere ist, man ist nicht für immer schlafgestört. Das heißt, was du beschreibst, ist ja das Verhalten und auch das Erleben einer schlafgesunden Person. Du kannst deinen Mittagsschlaf machen, das ist okay. Und das ist das, wo man bei primären Schlafstörungen auch hinkommen kann. Es ist aber nicht so, dass man dafür eine Liste liest, die Sachen umsetzt und in ein paar Wochen ist es soweit, sondern das ist auch ein jahrelanger Prozess. Plus, man hat dann ja eben auch die Werkzeuge. Also sagen wir, du machst eine Woche lang jeden Tag Mittagsschlaf. Am Anfang führt das dazu, dass du irgendwie über 24 Stunden gesehen neun Stunden schläfst. Am Ende der Woche führt es möglicherweise dazu, dass du einfach wach bist oder nachts um drei aufwachst. So, du behältst deinen Rhythmus bei, weil du findest den Mittagsschlaf so gut. In vier Wochen sitzt du bei mir. Oder schlimmer, in einem Jahr sitzt du bei mir. Oder aber, du hast einfach Werkzeuge, wo du sagst, ah, alles klar, ich lasse jetzt mal den Mittagsschlaf weg. Ich gehe jetzt mal ein bisschen später ins Bett. Und über eine gewisse Zeit hinweg baut sich diese Schlafsicherheit wieder auf. Ja. Und das, ich habe am Anfang über Selbstwirksamkeit gesprochen, das ist ja eine Form von, ich habe Kontrolle, ich kann etwas machen. Ich kenne das Werkzeug oder ich kenne die Handlungsmethode, die ich brauche, um wieder besser zu schlafen und kann sie einsetzen. Ich muss sie aber nicht jederzeit einsetzen, weil die Schlafstörung liegt hinter mir. Ich weiß, ich bin nicht mehr ein Mensch mit einer Schlafstörung. Ich habe aber auch immer noch mal, wie jeder schlafgesunde Mensch, hat schlechte Nächte. Ja, klar, habe ich auch. Das ist total, total okay. Das ist absolut in Ordnung. Also, warte, wann konnte ich nicht einschlafen? Diese Woche vorgestern. So. Bin ich aufgestanden, habe geduscht, habe mich wieder hingelegt, mein Freund war kurz wach, habe ihn einmal noch so gespiegelt, dass alles fein ist. So. Davor habe ich ja zwei Stunden gelegen, ganz normal. Ja. Das ist normal. Schlafgesunde Menschen schlafen auch mal schlecht. Ich habe vorhin schon angesprochen, das Gehirn schützt uns mit der Schlaflosigkeit, nämlich davor, dass das, was uns im Kopf arbeitet, uns umbringt. Dass das nicht mehr passiert, weiß das Gehirn nicht. Das Gehirn erlebt nur Repräsentation. Die Repräsentation ist Stress, Angst, Sorge, Alarm, Alarm, Alarm. Das Gehirn ist ja nicht doof. Das will nicht, dass du bei Stress, Angst und Sorge schläfst. Das könnte tödlich sein. Woher soll das Gehirn wissen, dass da vorm Fenster kein Tiger steht? Das weiß das Gehirn nicht. Das Gehirn sieht nur Repräsentation. Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass in dem Moment, wo Stress ist, das Gehirn ja immer noch denkt, selbst wenn es nur der Stress für die Arbeit ist oder nur der Stress, was soll ich morgen einkaufen? Also ganz blöd gesagt, ich weiß, dass das despektierlich ist. Ja, nein, es ist nicht despektierlich. Wenn das nur der Stress ist, das Gehirn denkt wirklich so, wir sind in Lebensgefahr, weil Stress ist ja immer eine Gefahrensituation für Leib und Leben, für das Gehirn. Genau, Stresshormone sind deine allerbesten Freunde, Stresshormone sind deine Schutzengel. Du musst aber mit denen reden, sonst wissen die nicht, was sie machen sollen. Ja, 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 ja. Und Gehirn und Stresshormone irgendwie ins Match bekommen, sodass die miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Ja, das stimmt. Ja, ach krass. Mensch, Isabel, also wir sind ja schon wieder 50 Minuten am Schnacken. Das geht immer so schnell. Wenn du einen Tipp hast für Menschen, die jetzt sagen, oh, ich weiß gar nicht, bin ich schon in einer Schlafstörung oder ist das noch normal? Woran kann ich erkennen, dass ich in einer Schlafstörung bin? Am Diagnosekatalog. Ganz einfach reinschauen. Also, wenn ich mehrmals in der Woche, man sagt jetzt, man schreibt in der Regel so dreimal, aber der eigentlich klinische Faktor ist, mehrmals in der Woche länger als 30 Minuten einschlafen oder unangenehm lange, also es ist sehr, sehr subjektiv. Und das sind die echten Kriterien, der Leidensdruck. Mehrmals in der Woche unangenehm lange zum Einschlafen brauche oder nicht durchschlafen kann und dann beim Nichtdurchschlafen auch über längere Zeit nicht wieder einschlafe. Dann haben wir wieder die 30 Minuten, aber wie gesagt, im Diagnosekriterium subjektives empfinden, es ist mir zu lang. Und daraus einen Leidensdruck habe. Also sagen wir, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Studentin, ich schlafe zwar nicht gut, aber ist mir irgendwie egal. Kein Leidensdruck. Okay. Okay. Ich bin 34, ich habe ein Kind, ich bin wieder zurück in meiner Firma, ich möchte was reißen, weil jetzt gerade ist mein Zeitfenster für eine Beförderung. Ich muss morgen was bringen, ich fühle mich furchtbar und aus diesem Morgen werden Wochen. Leidensdruck, Schlafstörung und grundsätzlich würde ich sagen, sobald sich so ein gefühltes Muster abzeichnet oder auch so eine gefühlte Regelmäßigkeit, ich schlafe nicht gut, das ist der Moment, wo man dann auch mal schauen kann, was kann ich mit einer Schlafrestriktion, früh raus, ein bisschen später ins Bett, erreichen, um mich besser zu fühlen. Thema Temperatur. Schlafhygiene, wie gesagt, immer mal wieder googeln, ist gar nicht schlecht, das ist Lebenswissen. Das ist wie, ich muss auch ab und zu mal ein paar Bohnen essen, um genug Eisen zu kriegen, wenn ich Vegetarierin bin. Schlafhygiene ist Gutes zu wissen. Und dann, wie gesagt, nicht Autofahren. Schön, dass wir darauf am Ende wieder zurückkamen. Bitte, bitte fahrt nicht Auto, ihr könnt nicht Autofahren, ihr seid zu krank zum Autofahren. Ja, ich finde, das kann man auch mal googeln. Da gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube einige Clips, wo sie die Leute haben schlafen lassen und dann haben Autofahren lassen. Und ein paar haben sie, glaube ich, betrunken Autofahren lassen und die fahren alle gleich Auto. Also solche, oder war das auf YouTube oder es waren Studien, das habe ich auch mal gelesen und dachte, ach, so krass. Ja, eine Woche lang eine Stunde weniger Schlaf als Schlafbedürfnis. Schlafbedürfnis irgendwo zwischen sieben und siebeneinhalb Stunden im Durchschnitt. Durchschnitt ist ein Promille. Ja, 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 ja. Das, was am Ende heißt, dass man, wenn man nach schlechtem Schlaf Auto fährt, andere Menschen tötet. Ja, krass. Krass, krass. Okay. So ist es halt, fahrt nicht Auto, wenn ihr schlecht schlaft. Genau, genau. Aber also, letztendlich, die gute Nachricht ist ja, man kann das wieder neu lernen, den Schlafismus vernünftig zu haben. Und wie gesagt, wir brauchen den Schlaf auch, um entsprechend leistungsfähig zu sein. Weil, wenn du sagst, mit einem Promille, ich weiß nicht, meine Leistungsfähigkeit geht mit einem Promille ziemlich weit nach unten. Ja, vor allem über längere Zeit, ne? Ja, ja, ja. Das waren jetzt so die Strategien, die man halt selber hat. Aber wenn es zu schlimm wird, halt auch wirklich Hilfe suchen. Hausärzt, Hausärztinnen mit ihrer Lotsenfunktion können schauen. Es gibt ganz viele Leute im Bereich vom Gesundheitscoaching oder Schlafcoaching, das, was ich mache. Es gibt ein ganz, ganz breites Netzwerk von Leuten, die einem da helfen können. Und deswegen auch auf kassenärztlicher Basis, da sind wir dann im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist so das, was in der Regel gemacht wird. Akzeptanz- und Commitmenttherapie, habe ich erwähnt, ist ein anderer Ansatz. Ja. Hat aber auch einen breiten Fokus, hat einen breiten Zugang zum Thema Schlaf. Kann man auch hingehen. In Deutschland, glaube ich, keine Kassenleistung. Genau. Also es gibt ganz viel und sind wir heute nicht zugekommen, kann ich aber auch sehr dazu raten, das einmal selber zu googeln, wie absolut ungeeignet Schlafmittel bei Schlafstörungen sind. Ja, ja, okay. Schlafmittel knipsen einen aus. Man hat dann keinen guten Schlaf. Das ist nicht das, was dadurch passiert. Ja, 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 und auch der Erholungsfaktor ist auch nicht gegeben. Erholung, Gehirnvernetzung, Bildung von Erinnerungen, Stressresistenz. Nichts davon passiert in gleicher Weise wie beim Schlaf, plus man hat nichts gelernt. Ja, genau, genau. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Gut, Mensch, Isabel. So, jetzt haben wir ganz viel über Schlaf gesprochen. Und so, wir brauchen alle unseren Schlaf, um auch leistungsfähig zu sein in unserem Job und auch für unser Marketing, um uns auch Sachen zu trauen. So, ich glaube, es hängt auch zusammen miteinander. So, je weniger wir schlafen, umso weniger mutig sind wir auch. Da sind wir leider auch nicht so ganz drauf gekommen. Aber egal, wir sprechen sicherlich irgendwann wieder miteinander, weil wir machen das ja in trauter Regelmäßigkeit. Und ich bin gespannt, wo wir uns oder mit welchem Thema wir uns als nächstes treffen. Ich danke dir für deine Zeit und für dein ganzes Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Gerne. Ja, das war heute mal eine etwas andere Folge. Aber Schlafen oder guter Schlaf hat ja, wie gesagt, auch sehr viel mit der Performance im Marketing zu tun, mit unserer Kreativität. Wir haben die Stichworte Performance Insiety gehört und, und, und. Ich hoffe, dir hat der Ausflug in dieses, sag ich mal, angrenzende Marketing-Thema, Content-Marketing-Thema, Schreibthema gefallen. Wenn du Ideen hast, mit wem und worüber ich in den nächsten Folgen mal sprechen sollte, schreib mir gerne unter fragen-at-anjaniekerken.de. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen und neuen Inspirationen. Das war's von mir für heute. Das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Tschüss, bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020